so alle leute diesmal wieder euer scopjo am start hier heute schauen wir mal eine near dead compilation an was neues wieder und ja mal gucken was passiert kameraführung ist auch schon 1a was ist jetzt passiert steile berg das ding fällt ja auch noch mit das war was gefährliches wollte gerade löwen streichen wie dumm kann man sein alter muss da richtig eier haben ok da kommt irgendwie gar kein ton das ist ein boot fast lang gefahren das war sehr knapp so wie geht denn noch hal waha oha Oha. Oha. Wir hätten einfach gerettet. Dafür gibt es auf jeden Fall einen Applaus, Alter. Musste sein, Leute. Oha. Hat er es noch überlebt? Schreibt es in die Kommentare, Leute. Denkt ihr, er hat es noch überlebt oder nicht? So was ist auch immer schlimm, Alter. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber... Wie heißt das? Eine Lawine ist das. Genau. Diese Lawinen sind immer schlimm, Alter. Oha. Weil ich den ganzen Stau fahren hier durch, Alter. Oha. Ah. Der fährt da sogar noch fast rüber, den... Ah, jetzt muss er mal zurückfinden. Okay. Das ist immer gefährlich, Leute. Auf jeden Fall nicht nachmachen. Außer es kommt wirklich von euch raus, dass ihr es könnt. Aber selbst dann würde ich aufpassen. Also für mich ist das nichts. Oha. Oha. Hm. Das passiert jetzt. Das ist ja etwas, was mit dem Hund, oder? Das ist ja jetzt irgendwo aus. irgendwas mit aufzug vermutlich entweder mit dem aufzug oder mit dem hund muss jetzt passiert shit 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 oder sind noch gerade gerettet alter einfach lebensretter alter das will ich noch mal sehen da geht es noch weiter die wissen safe nicht was los weiter jetzt hat er angst vom aufzug jetzt hat er angst er denkt es wird nie mehr was passieren man sieht es dir in den direkt an alter wenn hunde irgendwas einmal was schlimmes erleben also davon habe ich auch mal story gehört dass irgendjemand mal irgendein hund mal angst hatte für solchen city roller also habe ich mal irgendwann mal was gehört so und dass er deswegen irgendwie weggelaufen ist von meinen city roller das wusste ich doch mal weil einmal city roller überfahren hat oder sowas dort jetzt hat das safe sein ganzes leben lang angst für aufzüge alter sagen würde ich auchовал gut ist es scheiße scheiße dass immer kacke alter das so ein ding so schnell fährt ich meine es ist etwas hinterher muss man eigentlich auch beachten Steinberg alter 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 ist das gefährlich so gefährlich steh mal vor da kommen jetzt noch eine Lawine alter und ja 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 Das ist ein guter Punkt. Warte mal, was war da passiert? Habt ihr das gecheckt Leute? Schauen wir doch mal. Achso, ich bin kurz am Motor ausgegangen. Ich bin kurz am Motor ausgegangen. Jetzt hab ich das gecheckt. Ich bin jetzt hier angegangen. Ich hab das gecheckt. So wie da ausgegangen. Ich glaub das war es. Ich glaub der Tankfall ja nie. Das könnte schon. Das war wirklich schon. Was jetzt passiert? Es gibt nichts an der Hand. Du möchtest das Grassoffer, Kind. Hier ist es. Ist er die Lohnung zu machen? Guck mal dann. 1, 2, 3, start! Ich spring da drüber. Ich spring da drüber. Ich spring da drüber. Guck was jetzt passiert. Alter, aus diesen Fehlern lernt man auf jeden Fall sein ganzes Leben lang, Alter. Ohne Witz, Digga. Wenn man einmal so einen Fehler macht, man macht sowas nie wieder. Man will sowas nie wieder machen, Alter. Der wird wahrscheinlich auch drüber lernen. Habe ich jetzt nicht genau gesehen. Ist das Seil durchgetrennt oder wie? Ist das Seil durchgetrennt oder wie? Nein, 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 nein. Auf jeden Fall ein gutes Video. Ein spannendes Video auf jeden Fall. Und interessantes Video auch. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video.